Einleitung Sie haben mit viel Mühe eine Liste erstellt und benötigen diese nun in Tabellenform? Was nun? War die ganze Arbeit nun umsonst? Nein, wandeln Sie Ihre Liste einfach in eine Tabelle um. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Eine Liste in eine Tabelle umwandeln Um eine vorgegebene Liste in eine Tabelle umzuwandeln, müssen Sie zunächst die gesamte Tabelle markieren. Am einfachsten geht das mit der Maus. Gehen Sie dann zur Registerkarte Einfügen und öffnen Sie das Dropdown-Menü bei Tabelle. Wählen Sie nun die Option Text in Tabelle umwandeln aus. Im sich öffnenden Dialogfeld können Sie festlegen, wo der Text getrennt werden soll. Da wir in unserem Beispiel mit Tabstops in der Liste gearbeitet haben, wählen wir auch hier in der Gruppe Text trennen bei die Option Tabstops. Ganz oben wird Ihnen angezeigt, wie viele Zeilen und Spalten Ihnen ausgegeben werden. In unserem Beispiel werden drei Spalten erstellt. Das ist zwar eine zu viel, jedoch lassen wir die Einstellung bestehen, da Word sonst die richtige Zuordnung nicht mehr erkennen kann, wie Sie in unserem Beispiel sehen können. Lassen Sie also 3 bei Spaltenzahl stehen und klicken Sie auf OK. Zunächst entfernen wir die überflüssige Spalte in der Tabelle, die aufgrund der Anzahl an Tabstops entstand. Markieren Sie dazu die Spalte mit der Maus und machen Sie einen Rechtsklick auf die markierten Zellen. Im Kontextmenü wählen Sie bitte Spalte löschen. So können Sie auch für Listen die Semikolons, Absätze oder andere Zeichen zur Trennung verwenden vorgehen. Einfach markieren und über Einfügen den Text in eine Tabelle verwandeln.